Country- und Schlagersänger Günther Gabriel ist tot. Sänger und Musiker Günther Gabriel ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Ja, der Sänger ist einen Abend vor seinem 75. Geburtstag auf einer Steintreppe gestolpert und hat sich dort ja ein Bruch zugezogen und das dreifach am Halswirbel. Günther Gabriel wurde dann mehrfach in einem Krankenhaus in Hannover operiert, wie seine Agentur dann mitteilte, doch er schaffte es nicht. Heute Vormittag hat das Herz eines großen Musikers aufgehört zu schlagen. Das teilte seine Agentur mit. Was verbindet ihr mit dem Sänger Günther Gabriel, der übrigens ja auch im Dschungelcamp war? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein und ich bin da unten auch wieder sehr aktiv. Ja, und das war Up to Date zum Thema. Günther Gabriel ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Ähm, leider. Wir sehen uns dann bei einer der nächsten Videos wieder. Tschüss und ciao!